Hallo Volker. Hallo Johannes. Seit ein paar Tagen geistert DVB-T2 HD durch die Medien als aktiv und empfangbar. Was hat es damit auf sich? Also DVB-T2 HD ist, wie man erahnen kann, ein Nachfolger zu dem jetzigen Antennenfernsehen DVB-T. Das bringt ein paar Vorteile mit sich. Es sendet nämlich alle Programme in tatsächlich HD, deswegen auch dieser Zusatz. Und zwar sogar in 1080p50. Das ist sowohl mehr als bei den öffentlich-rechtlichen bisher. Die machen 720p50, also die kleine HD-Auflösung. Und die Privatsender, die dabei sind, die senden bisher 1080i50 und die gehen dann auch auf 1080p50. Das soll heißen, man hat keine Halbbilder mehr und insgesamt ist die Bildqualität besser. Momentan kann man das in ein paar Ballungsräumen in Deutschland empfangen, das Ganze. Und ja, wir haben halt unsere ersten Erfahrungen gesammelt. Funktioniert erstaunlich gut. An der Qualität kann man sicherlich immer noch schrauben, aber es ist einfach deutlich besser als alles, was man bei DVB-T bisher kannte. Okay, jetzt funktioniert mein alter DVB-T-Receiver, sei es eine externe Box oder in den Fernseher eingebaut, nicht mehr. Das heißt, ich brauche was Neues. Worauf muss ich achten, wenn ich mir jetzt so einen DVB-T2 HD-Empfänger kaufen will? Genau, also tatsächlich ist es so, DVB-T2 an sich ist schon nicht abwärts kompatibel zu DVB-T. Das heißt, wenn ich ein älteres Gerät habe, wird tatsächlich das DVB-T2 nicht empfangbar sein. Nächstes Problem ist, Deutschland setzt auf ein ganz modernes Videoformat, nämlich HEVC. Das heißt, alle Geräte, die älter sind als, sag ich mal, zwei, drei Jahre, kann man wirklich vergessen. Die es in anderen Ländern gibt. Die man zum Beispiel, genau, in anderen Ländern hatte. Also in Frankreich und so weiter gibt es DVB-T2 seit, ich glaube, 2010. Und es gibt ganz viele Geräte, die so angeboten werden. Da muss man also jetzt wirklich aufpassen, wenn man in den Laden geht. Und da steht DVB-T2-Tuner, da ist man nicht auf der sicheren Seite, sondern das Gerät muss eben auch diesen HEVC-Codec unterstützen. Und wenn man die Privatsender, die nämlich über DVB-T2 HD verschlüsselt ausgestrahlt werden, empfangen möchte, dann muss das Gerät es entweder von Haus aus können, dafür gibt es Aufkleber, kann ich gleich was zu sagen, oder es muss einen CI-Plus-Schacht haben, in das man so ein Entschlüsselungsmodul, das man von dem DVB-T2 HD-Anbieter bekommt, da reinstecken kann. Wenn ich das jetzt am Fernseher gucken will, kaufe ich so eine Box. Wenn ich das am Rechner gucken will, was mache ich dann? Wenn man am Rechner gucken will, kann man tatsächlich jetzt noch einen DVB-T2-Tuner nehmen oder einen USB-Stick, der das schon konnte, weil das Empfangen selber nicht das Problem darstellt, sondern eben das Dekodieren. Das heißt, ich kann es empfangen mit so einem Tuner. Wenn ich es dekodieren möchte, brauche ich eben den passenden Dekoder oder Codec dafür, nämlich das HEVC. Und wenn ich den einbauen kann in meine TV-Software, dann ist eigentlich alles gut. Allerdings sind die Anforderungen halt höher. Wenn es über die Grafikkarte läuft, ist es eigentlich alles gut, aber die muss es unterstützen. Wenn nicht, dann hat die CPU eine ganze Menge mehr zu ackern, so dass es zum Beispiel jetzt auf einem Raspi Probleme geben dürfte, mit dem man bisher ganz toll DVB-T gucken konnte, weil das MPEG-2 war und MPEG-2 hat dann Hardware dekodieren können. Wenn mir jetzt SD eigentlich reicht für das, was ich so im freiemfangbaren Fernsehen gucken kann, dann kann ich das dann einfach ignorieren und ich nutze meinen alten DVB-T2-Empfänger weiter? Nein, leider nicht. Also wenn es halt im Fernseher eingebaut ist, dann hat man das Problem, dass der es halt momentan zwar noch empfängt, dann aber eben tatsächlich nur das DVB-T. Das läuft im sogenannten Simulcast-Betrieb bis zum Frühjahr 2017. Da werden dann mehr Sender aufgeschaltet. Momentan bekommt man nämlich nur in dieser Pilotphase sechs Sender über DVB-T2 HD. Das sind das erste, das zweite, also ARD und ZDF und eben die großen Privatsender, SAT.1, ProSieben, RTL und VOX. Und dann sollen Frequenzen freigeräumt werden dafür und dann wird DVB-T abgeschaltet und gleichzeitig auf einige der Frequenzen wird DVB-T2 HD mit weiteren Sendern aufgeschaltet und zwar ungefähr 20 öffentlich-rechtliche und 20 überwiegend verschlüsselte Privatsender. Und dadurch habe ich dann das Problem, dass ich mit einem nur DVB-T2-fähigen Gerät beziehungsweise einem DVB-T-fähigen Gerät sogar dann einfach nur Schmerze sehe. Was hat es mit Freenet TV noch auf sich? Genau, das hatte ich eben angeregt. Das kommt noch. Sehr schön, dass du das fragst. Es gibt so ein paar Möglichkeiten im Laden zu erkennen, ob dieses Gerät dann nun wirklich DVB-T2 HD-fähig ist und dafür haben an sich Logoprogramme ausgedacht. Also es gibt eins, das ist ganz einfach, das ist so ein grünes Bappal, da steht dann einfach DVB-T2 HD drauf. Wenn es draufgeklebt ist auf ein Gerät oder auf die Schachtel, weiß man, aha, damit kann ich es auf jeden Fall empfangen. Dann, eventuell brauche ich noch zusätzlich das Entschlüsselungsmodul, denn nämlich nur, wenn dieses Freenet TV als Aufkleber draufsteht, Freenet kennt man als eigentlich Internet-Provider, die haben sich da sozusagen eingekauft, indem sie den Technik-Provider, dieses Media-Broadcast übernommen haben. Wenn da dann Freenet TV draufsteht, dann entschlüsselt das Gerät out of the box auch die Privatsender für eine gewisse Zeit kostenlos, muss man dazu sagen. Die ersten drei Monate sind dann immer kostenlos und im Moment im Pilotbetrieb ist auch alles kostenlos. Danach wird das Ganze dann, heißt es so schön, einen mittleren einstelligen Betrag im Monat kosten, sodass es genau wie bei den anderen Empfangswegen ist, wenn ich die Privatsender in HD empfangen möchte, muss ich überall bisher zahlen. Nur in SD habe ich sie kostenlos gekriegt und diese Sache fällt sozusagen mit dem Verschwinden von DVB-T komplett, sodass ich immer für die HD-Fassung von Privatsendern dann irgendwie bezahlen muss. Und als Nebeneffekt oder eigentlich eher als Auslöser wird jetzt das mobile Internet schneller durch diese Umstellung auch? Naja, schneller nicht unbedingt, aber es ist tatsächlich so, dem Ganzen mit der Umstellung von DVB-T2 HD beziehungsweise der Ablösung von DVB-T ging eben voraus, dass es in Deutschland diese zweite digitale Dividende gab. Da ging es eben um eine Versteigerung der Frequenzen, weil man gesagt hat, okay, es sind zehn Prozent der Leute gucken DVB-T und es werden zunehmend weniger tatsächlich, weil einfach die Qualität deutlich schlechter ist natürlich als bei den restlichen Empfangswegen. Und dann stand halt zur Debatte, naja, entweder DVB-T ganz aufgeben und alles geht sozusagen ab dem 700 MHz Band an die Mobilfunkprovider, die jede Frequenz haben wollen, wo sie irgendwas machen können oder schafft man es tatsächlich noch eben eine Nachfolge auf die Beine zu stellen und da hat Media Broadcast gesagt, jo, wir schaffen das, haben halt die ganzen Sender für sich gewinnen können, haben auch die Privaten für sich gewinnen können, dadurch, dass jetzt von vornherein klar ist, wenn ich das richtig gucken möchte, dann brauche ich eben diese Verschlüsselungsmodule. Es gibt übrigens auch Geräte, wo das eingebaut ist und dann hat man halt gesagt, okay, wir schaffen das und hat sich sozusagen hingesetzt, gesagt, wir bringen das jetzt möglichst schnell auf den Weg, damit man sozusagen den DVB-T empfangen und da sozusagen die öffentliche Grundversorgung retten kann und der Rest geht tatsächlich an die Mobilfunker. Okay, welche Geräte, beziehungsweise worauf ich genau achten muss, wenn ich mir so ein Gerät kaufen will, habt ihr sicherlich im Artikel nochmal genau aufgedröselt. Genau, da ist das nochmal mit diesem ganzen Logoprogramm gesagt und auch worauf man achten muss, wenn, wie in vielen Fällen übrigens kein Aufkleber drauf ist, wie ich mich dann überhaupt da informieren kann und ja, im Endeffekt ist es aber so, man kriegt tatsächlich eine viel, viel bessere Qualität, ist schon schön, also auch gerade jetzt zur Fußball-EM, ist es eine schöne Sache, vielleicht mal in 1080p die Spiele sehen zu können. Die Meister-Receiver sind auch nicht wirklich teuer, also man kann da schon bei 40, 50 Euro geht's los, ab 70 Euro kriege ich PVR-Ready-Geräte, das heißt, da kann ich eine Festplatte anschließend aufnehmen und nett ist es schon, ärgerlich ist natürlich, dass das Ganze nicht abwärtskompatibel ist und ich mit einem alten Empfänger keine Chance habe. Alles klar, Dankeschön. Gerne. Gerne." Gerne. Vielen Dank.